Vor deiner Wutze. Das war ne schlechte Idee. Nein! Oh Gott! Creeper vor deiner Wutze. Und? Tu mich nicht mehr. Ich hab ne Katze hier. Der ist explodiert mal eins. So scheiß Kies von oben, ey. Hab ich doch gehört! Halt die Klappe! Fick dich! Schnurze! Bitte? Also das hat mich jetzt äh... Gebeleidigt. Änderlich. Echt mal. Dann zeig es raus. Zerfickt, ey. Aber Buraki darf man beleidigen. Man kriegt sogar ne Prämie dafür. Echt so? Ja. Achievements. Achievements, genau. Beleidigt Buraki den Ding. You have earned the trophy. Boah ey. Wir gehörten hier oben diese Pilzhütte. Meiner Freundin. Meiner Freundin. Meiner Freundin. Bestimm nicht dir oder so. Bestimm nicht Horwarts Freundin. Ah, die wird so weggesprengt. Hat der nicht? Frag mal die Creeper. Schnell die nicht ab. Mehrere mal. Mh. Mh. Wboundan! Herrände des Wä incorporate considering. Die sprengt dein Leben. Und dann sprengt sie noch deine Items? Oder verbrenn die das? Kann Atlantis so bestinnen und ernähren. Jörg mir daneben diese fette Ziegelhütte ich glaub das Nico ist auch was Ziegelhütte? Ziegelhütte Wort zurück Männer an die Geschütze das mit dem Diorizor wie der Kack da ist mit dem halbfertigen Dach ja ich glaub das Nico ist das? Meins ist fertig wer ist denn das denn? der wird jetzt wirklich sprengen ok wenn ich das hier nicht höre alter dann ist ne 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 ok nein Jesus sprengt keine anderen bösen Terroristen weg achso hm hm wir hätten was mit Ziegelhütten gebaut wir hätten was mit Ziegelhütten gebaut wir hätten was mit Ziegelhütten gebaut weiß das ne das sieht übelst komisch aus so mit diesem hässlichen roten Stein und Holz Dach Robert das sind ja gar keine Ziegel das ist ja Diorit ups Herr Nico ist der der mit Diorit gebaut hat bei mir ist der Bonner ist nur der Bonus Theorit ja ist das an der Tür dran das was du meinst hm an der Tür ist so der Cobblestone glaub ich ein veredelt oder wie der so immer heiß ne das ist der andere Stein sind da zwei Farben untertitelig? ja au verpiss dich haha sein Name kann nur meins sein sag ich doch sag ja jetzt hier mit Diorit gebaut was ist das hier für ein Höhlensystem he alter Nico läuft mit dir ah bist du jetzt in deiner Batman Höhle reingestiegen? jaja nico da schonmal und du hast nur Gold oh ok was macht das aber eigentlich was macht denn eigentlich Lupari gerade ne wie ver könnt ihr nicht mehr platzen Pilze züchten Magic Mushrooms das bin ich dir angelogen so dahin boah das Wasser regt so auf was ist so schön ey frag mal Bastian der trinkt das immer Wasser Wasser oh 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 was hab ich noch nie gefunden das Eisen unter meiner Hütte aber eine dort eine dort mit Eisen aber eine dort aber eine dort aber eine dort mit Eisen was ist das ich kann nicht mehr ok gar nichts aber das Eisen gönne ich mir wenn das schon da ist ne ne das rettet man nicht ne ja kann man sich ruhig gönnen nico ja easy 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 die Sichtdorf besteht komplett aus dem selben Dorfbewohner alle aus Geistlichen also alle die die XP Flaschen verkaufen könnten ok wenn man sie ein bisschen traded oder für brauchen wir verrottet das Fleisch ohne Ende aber ich rotten flesh ich mach's Robert ja mal weg, Robert gibt das mal mir ok das niedrigste Angebot ist 36 großmaragd 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 da ey ich muss da ich muss da ich muss da das geht aber jetzt ist gut WM was? Weltmeisterschaft? ja WM grade 39 ey ich sehe auch nichts stimmt ich weiß hier war noch keiner drin sonst hätte mal jemand die Bücherregale da mitgenommen hä quetsch das sind alles dieselben Angebote bei den Bildern ach da lag das Problem so hmm hmm Stein da so komm her Guld komm her Guld hier ist der geheimer Plan Wolf Stein um auf sind Sand jetzt kann man nicht wahr sein wer furzt darum mit einer flasche ketchup oh ja das geht nicht mehr ja sehr schön geil ist hier ne menge eisen alter es darf sich in den kohlen wir haben alles nur noch nicht die menschen schmerzen und in der europäischen gg oder mann nicht den ofen damit auch betreiben ja relativ gut mit lauer Ja. 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 Boah, easy game. Was denn? Hundert Sekt? So oder so schmeckt. Boah, so was ist. 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 Ey, fick dich. Das muss ich ausspielen. Testen. Keine Ahnung. Aber ich bin der Roboter. Hier. Jawoll. Hallo. Ach komm, leck mich, ey. Ja, genau. Leck mich. Das war jetzt das total nutzloseste, was ich je gemacht habe. Weg. Wir sehen. Tschüss. Kürschlachten. Keine Ahnung. Boah, bei dir läuft, ne? Jo. Was hast du eigentlich vorgehabt? Dach bauen. Dach? Aber hat alles nicht gehört. Das war es aber auch. Also machst du dieses Mal nicht das Dachgarten? Kann ich jetzt noch. Böses. Dit pays tefe. Na, hier ist jene still. Ja. Du hattest was mit dem Mal. Mit dem Shader sieht das ein bisschen komisch aus, so mit dem LB-Ding. Mit dem Regen. Anregnen gerade aus? Ja. Das hat's so gebracht. Ja. Der Regen sieht richtig geil aus hier. Ja. Äh. Aber das geht mit den Bäumen. Wenn man durch den Winkel guckt, kann man einfach durch die Bäume durchgucken. Ach Gott. Dieses Wasser oben, ey. Macht das Wasser völlig fertig. Ja, ey. Das pisst gerade so an. Das pisst dich an das Richtige. Ja. Fledermaus. Was, Maus? Fledermaus. 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 Du pisst dich? Boah. Tu dir nichts. Ich töte dich. Nein. Mit seiner Fledermaus, Alter. Auf jeden Fall. Ja, Mann. Batman, ey. Junge. Richtiger Tekkenpartner. Das hast du schon in der letzten Folge gesagt, Robert. Was? Mit Fledermaus und Klammern Nico. Batman und so. Ja, aber er hat sie ja jetzt gerade gesehen. Und er ist ja Batman, also. Ja, da ist sie drinnen. Ja. Cool. Cool, cool, cool. Was? Was? Okay, jetzt komme ich auch immer nach Hause zurück, weil ich den Weg nicht mehr finde. Im Stürmer stürmenden Regen. Ja. Dieser Weg. Es regnet. Wird kein leichter Weg. Voll der Anzeigefehler bei mir gerade. Guck mal. Und weg. Und weg. Und weg. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Fehler gerade? Ich kann ins Leere sehen. Vielleicht bist du ja leer. Ich erkläre mich gleich auf dir. Eins, zwei. Oder hier ist wie so eine Vulkanlunch after all. Sieht voll geil aus. Eins, zwei. Oh, hier kommt einfach so Lava aus. So ein Berg raus. Oh, das ist okay. Das ist bestimmt okay. Und wie immer sehe ich jetzt nichts, weil es schon wieder Nacht wird. Oh, opfer, opfer, opfer. Bist du immer noch oben auf deinem Tag? So. In der Tat. Oh, eine Menge Kies, Alter. Alpizid für Männer. Boah, Kies, ja. Dann kannst du den Weg weitermachen mit dem Kies. Naja, genau. Dachte ich mir auch. Für die Haare. Nur für die Haare. Nutzen sie jetzt das neue Shampoo. Kies. Kies. Tut bestimmt gut. Tut gut. Dann wachsen die aber keine Haare mehr raus. Dann wachsen die aber keine Haare mehr raus. Also danach hast du nichts mehr zum Fliegen, warum glaub du. Oh, das hab ich ja noch nie gemacht, was ich hier gerade mache. Warum kriegt man denn jetzt drei Türen, wenn man eine Tür braucht? Das verstehe ich auch nicht. Doch effizient? Drei ist aber nur eine unnötige Zahl. Echt mal. Naja, weil eine Tür aus 6 Holz besteht und muss der Blöcke einhören. Wer schläft eigentlich sein Müsli, ey? Müsli? Ähm. Konde. Er gritts Gatt. Was? Aha. Was? Was willst du von mir? Du fühlst da toll, dass er jetzt Diamanten in den Arsch geschoben bekommt. Dann haut er jetzt ein Müsli auch noch hinterher. Aha. So. Jetzt ist Nacht geworden, merke ich gerade. Ach wirklich? Jetzt werde ich hier mit Monstern zugespalnt. Ich hab mir jetzt ein neues Bett gegönnt. Gönn die. Ja, dann bringt aber nichts, wenn niemand schläft. Du schläfst nicht mehr unter der Brücke. Boah, es geht etwa bisse dich, du hast keine Aufheizgenehmigung. Ist illegal im Land. Scheiß Einwanderer. Bisse dich. Illegaler Einwanderer. Ist dann in der Narba umgebracht, ist einfach reingesprungen. Ja, das haben die Zobbys bei mir auch schon so... ...edelföll gemacht. Mhm. Ich komm nicht mehr rum. Ehrenhafte Entlassung, ne? Autorisiert. Mhm. Ja. Mhm. Robert hat kein Stimmer, was wir reden. Ja. Geheimsprache. Bro Code. Bro Code? Kennt ihr dieses Spiel Bro Force? Was ist denn das Blaue? Wasser. Wahrscheinlich strafet das Skelett hier so rum, oder? Nein, das ist nicht... So rumcruisen. Ach, Lapis. Nice. Äh, das ist meins. Die meins. Das hab... das hab ich vergessen, äh, abzubauen. Hm. Oh, klar. Ja. Ja, siehst du nicht die Fackel, die daneben steht? Welche Fackel? Hat jetzt ein Zombie abgebaut, ist scheiße. Ja, tut mir leid, aber... das gehört jetzt mir. Heinz? Will ich eh nicht haben, das ist mir viel zu blau. Ich mach heute blau. Oh, wo ist denn Wasserrutsche hier? Wasserrutsche? Rutsche? Rutsche? Unnägen Kieße Oh, krägt Kieße, ja! Beziehungsweise am Meer? Samt gibt es wie Sand�� normalerweise Richtung null, null oder nicht? Um zu uns zu machen. Ah, war auch ein Buch! Wie weit mache ich, eins? Das ist ja ein ganz Paradies. Da halten wir noch aus, ich sehe nicht mehr aus. Nichts mehr in der Früh aber. Da sehe ich schon nix. Und ich glaube die ganze Zeit nix. Bei Youtube sieht man dann noch mehr, das ist ja noch geiler. Ja, noch mehr ins Minus, ne. Youtube? Youtuber. Und schon hat sich verbaut wegen dieser Nachtscheiße. Oh, Opfer. Oh, my toggle don't fall and I'm set day. Schluck auf! Nein! Ja, na? Noch mehr Gold. Die Nachrichten haben prophezeit, dass eine merkwürdige... Alter, das ist ein ganzes Ding hier. Was mach ich denn da? Ich komm immer wieder zurück. Zack, zack. Frag mal Robert. Was? Der hat doch mal so richtig geile Höhlen-Session gemacht. Junge, ey, ich komm hier nie wieder nach Hause. Gewissere dich, dass du nur genug Holz mit hast. Holz und... Stöcke. Stöcke. Und Fackeln. Vor allem darfst du nicht deine Dingens verlieren, deine äh... Also ohne Spitzhacke bist du halt geliefert, ne. Deswegen mach ich mir heute eine sehr gut aus. Ja, ich kenn mich aus, ich kenn mich da sehr gut aus. Ja, ich hab Stöcke genug hier, deswegen. Kannst du ein Beispiel nennen? Ich will gerade keinen sein. Döner. Döner? Es war mal einer, es war mal vor langer Zeit in einer weiten fernen Galaxis. Ach, jetzt mach ich. Döner. 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 Ich guck rein. Döner. Ne. Döner. Döner. verdient man. Du kannst wiederkommen, wenn du zumindest einen Teil gesehen hast. Na ich, ich, mich interessiert das überhaupt nicht. Guck mal, wie alle wollen wir mal so richtig durchn Nudeln nehmen. Das ist gegen das deutsche Volk. Kräftig Sache. Das deutsche Volk. Ey, geil. Meine Augen drehen wieder, das hört ihr nicht auf. Alter, ich hasse es. Oh, er muss wieder weinen, oh. Robert verschwindest du mir. Mit welchem Knapp kann ich nochmal die große Karte aufmachen? Gibt sie überhaupt? Was? Ich hab sie noch nicht gefunden. Ich muss keine Augen kurz mal trocknen, es geht wieder. Er sieht sein, sein Gebilde und muss weinen. Weil er so ein hässliches Teil gebaut hat. So. So, ich bin bei 0. Ne, ich schau grad nach unten auf diese eklige, hässliche Ausdornen. Ja, ja, ja. Also bei welchen Koordinaten seid ihr? Äh, keine Ahnung. Ich bin jedenfalls bei 155. Herr, bitte. Okay, ich bin bei 0, äh, bei 13 minus 1280. Wenn du mir sagst, welche Taste? F3. Alter 4. Alter 4. Okay. Ducky, lass nicht. Er will nur in deinem Keller rauskommen. Er ist der, er ist der. Ich hab noch was zu tun. Ne, he. Am laufenden. Am laufenden Band. Irgendwann. Ja, dieses Wetter will mich so ficken hier in diesem Spiel. Ich glaub, ich hab Ritz. Du, was? Hat er nicht gesagt. Alter, Bullock hier. Darf er das? Aber ich hab Hunger, dann wird manchmal sowas raus. Darf er das? Hunger? Oh, das ist so einen richtig geilen Burger. Oder so, 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 chinesisches Essen, so, richtig geil. Na, na. Amkakos, Junge. Ich hör, Robert. Was? Ente Cross. Ente Cross, ey. Richtig Cross. Mit Teriyaki-Sauce. Egal, jetzt kann ich in diesen riesen Tüppeln von uns sprechen. Hör auf, das musst du nur bestellen. Musst du bestellen. Shitifuck. Ich habe Bogen. Äh. Eisen macht jetzt gar nicht mehr, Alter. Einmal Schweinefleisch süß-sauer, bitte. Mal eine ganz bescheidene Frage. Nö. Sagen wir mal. Keine Antwort. Frage mal. Nicht antworten, das ist eine Falle. Du kannst ja in Wasser springen und dann bekommst du keinen Fallschaden mehr, richtig? Ja. Bitte? Und wenn du Wasserläufer 3 hast? Dann kannst du über Wasser laufen. Das wird dann ein bisschen schwierig. Ja, was dann? Wasserläufer 3 ist. Das macht doch das Eis gefriert rein. Nee, da kannst du im Wasser so schnell bewegen wie auch im Land. Achso, ja gut, dann. Kannst du mal ausprobieren. Du kannst ja mal ausprobieren. Du bist so tot, oder? Es gibt's nicht Frostwalker oder so, auch? Oder ist das eine Mod? Weißt du was? Ich bin auch blöd, ich mach's einfach. Wuhu! Gibt's nicht auch irgendwie Frostwalker? Oh schade, ich dachte jetzt ploppt da unten es auf, ey. Weißt du was? Weißt du was? Ich hab meine Schuhe, ich hab meine Schuhe einfach ausgezogen. Ja. Das ist ja auch sehr langweilig. Ja. Gibt's Frostwalker offiziell oder war das auch nur ne Bild? Gibt's, die junge? Klar, wie wird das? So jetzt die Frage wie macht man einen Braustand? Äh, eine Lohnroute? Eine Lohnroute? Halt die Klappe! Das muss jetzt mal alleine herausfinden. Ich bin schon groß im Sturm. Einfach alle blödlichen Blöcke aneinander rein. Genau. Okay, ja, ich glaub. Probierst du erst mit Holz und Obsidian und... Genau, Diamantblöcke, ne? Weil Diamantblöcke links rechts. Ich weiß, dass unten irgendwelche drei Blöcke kommen, aber jetzt muss ja jetzt... Ja. Guck mal. Echtes Geruderrat teuer. Weil ich hab halt gedacht, dass sind diese Slabs... Nein, Kabels dann. So langweilig der Typ, ne? Komm, alle Blöcke, dann können wir probieren, dauernd ein bisschen, ja? Und nochmal Larpels, der GG. Sein Let's Play ist doch sowieso übelst gut. Was? Da braucht er ja nicht noch Hilfe. Larpels in meine Täsch. Hast du aufgehört zu in den Ding? Ne. Ich schalte gleich ab hier, die Schnurze voll langsam. Na? Bitte was? In diesem Scheißwetter nichts, Alter. Erst seh ich in der Nacht nichts, jetzt seh ich in dem Regen nix. Alter, da muss jetzt aufpassen. Lava in der Haus. Mr. Lava, Lava. Mr. Bompastik. Pimelos Plastik. Oh, Jungs, klar. Der Robert hat Spaß. Ähm, was war noch, wie konnte man Braustand nochmal abbauen mit einer Spitzhacke nochmal, ne? Ja. Ne, mit der Hand. Tu es nicht mit der Hand. Ich hab mir da noch irgendwas gemerkt von letztes Mal. Ja. Dass irgendjemand da verkackt hat. Ähä. 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 So, da sind wir also hier. Hier ist es auch was gemerkt. Hier kommt dann Lava rein. Das heißt, da muss... Oh, der Esel. Oh, der Esel. Oh, der Esel. Wenn die Kinder auch nochmal das sein sollen. Dann können wir einen neuen Buraki Junior machen. Alter, Junge, wer schmatzt da rum, Alter, das ist ja... ...undermal. Etwas sehen wir an die Figuren. Da haben wir Hunger. Hm. Oh, der kleine Hunger. Komm schon, die Dinger. Alter, wenn das jetzt gleich wieder Nacht wird, bevor dieser Scheiß-Regen aus ist, ne? Dann mach ich sowas von... ...Timeset, Alter. Jo, übertreib nicht. Timeset Minus. Oho. Jetzt ist es Tag, aber jetzt siehst du in dem Scheiß-Regen trotzdem nichts. Und dann ist der Regen, hört dann auf und dann ist es wieder Nacht oder so. Ja, das ist halt... ...muss halt damit leben. Was willst jetzt? Er denkt sich aber so, er will nicht damit leben, also. Willst du wirklich wissen, was ich davon denke? Alter, hier. Alter, guck dir den Lappen, Mann. Richtiger Lobob, ey. Nicht mal Minecraft spielen kann da. Echt, mei. Scheiße, nee. Heute ist ein falscher Tag, ne. Ah. Weißt du, kommt so ein Minecraft-Noob wie Robert und fragt sich, wie er Grasblöcke bekommt. Gar nicht. Ich hab das nie gefragt, was willst du von mir halt die Klappe, ey? Dass du mal du cheatest. Deine Mutter cheatet. Weil du mich halt so Gras-Blocken anhältest. Er cheatet. Er cheatet, aber richtig hart. Wieste, er kann immer noch nicht nachdenken. Shit. Und ich hab Pferde jetzt hier. Du hast Pferde? Ich hab Wegpunkt zu Pferden gesetzt, aber... Ja, hier sind 30 Milliarden Pferde. Sag mal, Koordinates. Wat? Koordinates, bitte. Koordinates. 295 minus 737. 500 Blöcke entfernt, alter. Äh. Ja, so weit bin ich weg. Läuft. Oh, ja. Oh, der scheiß Ring hat aufgehört, alter. Oh, endlich, ey. Ich seh mal wieder was. Halleluja. Vielleicht mal einfügen, alter. Aber können wir gleich wieder neue Shuffle machen? Das ist jetzt doof. Haha, was passiert? Die schöne Goldbarren. Spätestens, wenn du das einfügst, gibt's einen Community Strike, glaub ich. Was? Community Strike? Hey, Hütchen. Wart ihr schon mal Bowlen? Ja, ja. Was findet ihr eigentlich... Was findet ihr eigentlich besser? Kegeln oder Bowlen? Bowlen. Keine Ahnung, ich hab noch nicht gekkelt, aber ich find Bowlen gut. Ja, Kegeln ist so ein Mini-Format halt, find ich nicht so geil. Nee, scheiße. Du kannst die Kugel nicht so werfen. Bowlen ist schon geil, ja. Kannst du... Willst da richtig reinscheißen? Wamm! Du machst mit der Bowling-Kugel Kugel stoßen, ne? Damit die Kegel da hinten richtig wirken-twistern. Wieso, du machst mit der Bowling-Kugel Kugel stoßen? Was? Und nimmst das Ding so in die Hand und drückst so nach vorne, so. Und am besten schmal... fliegst du noch hinterher. Mhm. Hab ich das ja krass? Dann freu ich mich ein Ast ab. Ja. Hat jemand von euch zufällig noch, äh... Eimer? Die ich mir kurz ausleihen darf? Ich hab hunderte, aber ich bin nicht zuhause. Äh, okay. Du wohnst bei dem Berg da oben, ne? Ja. Kann ich mir da welche ausleihen? Ja, du musst dann da... du musst da rin, ne? Und dann musst du da... ist so ne... komische Tür in den Berg rein weiter und da musst du rin gehen. Und dann rechts an der Wand. Da ist so komische Apparatur und da sind Eimer drin. Okay, ja dann... Weil ich will mir jetzt Lava besorgen. Und wenn da noch Lava-Eimer drin sind, dann musst du mal unten gucken. In dem... in dem Lava. Also die Lava-Eimer bei euch darf ich mir nicht nehmen, ne? Ich weiß ja, ne, doch. Kannst du bestimmt oben machen. Ich kann dir einfach ein Nieder gegen neue holen. Okay, ja dann, wenn ich Lava-Eimer fülle... Also Lava ist es nicht das. Oh, was ist denn? Lava ist das geringste Problem. Gondel! Was soll das? Ja? Du hast einen Block vergessen. Bei deinem Weg. Bei deinem Weg. Bei dem Weg. Den du kaputt gemacht hast. Wir müssen mal jetzt einer. Wir müssen mal deinen Technik-Modpack spielen irgendwie. Ticket-Versor und dann mal... Ja, dafür sind ja die ganze Zeit so... Oh, ich hab ne Fackeldaumen vergessen. Alter, das war knapp. Alter. Ach, ich glaub ich bin jetzt wieder am Spawn am Alten. Rechts in den Tone sehen, wo ne Nava-Eimer. So, ich bin jetzt Spawn. Ja, ne, wenn da hinten in den... Attack it oder hex it wär überhaupt geil. Ja, da hinten sind auch welche, aber ich hab auch mal welche reingetan direkt. Nur reingeste. Also wir kommen nicht dafür. WTF, das sieht geil aus hier. Ey, ernsthaft? Diese scheiß Rasenrat? Diese scheiß Rasen... Alter, alter! WUAH! Jetzt. Jetzt bin ich bei eurem... Unendlichen... Schacht da runtergefallen. Ja, da ist Wasser, aber ich bin keine Sorge. Das ist ihm schon ganz häufig passiert. Aber da verreckst du wenn dann an den Zwischenetagen, die da sind, also keine Sorge. Mastian war damals mal ein Schornsteinfeger. Okay, ne, ne, ne. Du warst früher am Leben. Ach, das Gerät, ja. Boah, wiss ich nicht. Ich hab mir auch sieben Glas von euch genommen, ne, wenn das in Ordnung ist. Warte. Wow, zum Glück hab ich jetzt ne Blutsamkeitsspitzacke, sonst hätt ich jetzt die ganze Zeit dieses scheiß Holz bekommen. Ne, warte mal. Ne, doch nicht. Scheiße. Wenn du Holz abholzt, dann bekommst du trotzdem was... Wenn du Holz abholzt, kriegst du Holz. Ja. Was so war für uns verarbeitete. Seid ihr bei Plus oder bei Minus? Bei Minus. Also die erste Korrektional ist Minus und die zweite ist Plus oder was. In der Mitte ist auch Plus. Gondel. Erste ist Minus. Ach, fuck. Er ist wieder FK. Er macht schon wieder Fallen, ey. Boah, alter Junge, Mann. Hup, 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 hup. Das da ist richtig. Naja, ich geh erstmal für heute, Jungs, ne. Gut. Danke für die Dias. Was? Alles klar. Sie zwar ist anderthalb Stunden, aber... Ja, trotzdem, ich bin gerade übelst uneffizient. Das wäre einfach nur noch Zeitverschwendung gerade für mich. Ich hab so irgendwie nur rum. Ich hab selber noch nichts erreicht, irgendwie. Du hast was gebaut. Ich sitze nur drüben. Was hab ich denn gebaut? Was hab ich denn gebaut? Dach, was ich wieder abgerissen hab, oder was? Ja, Buraki, du kannst ja mal zeigen, was die anderen so machen. Wenn du nicht weiterweist. Genau, damit ich gar nichts mehr baue. Ich hab mal, den hat er schon mal so abgerissen. Na scheiße. Hoppala! Das war jetzt aber komisch. Was? Nix. Was für ein Video? Master Michi, Rest in Peace, 0. Minute, der erste. Kann ich mich jeden Tag durchlesen? Die Minus 1. Die Minus 1. Die Minus 2. Das freut dich, ne? Die Minus 1. Die Minus 2. Die Minus 2. Ich freu das nicht. Alter, alter, alter. Okay, das behalte ich. Das kann erstmal weg. Hier sind die dicksten Berge, die ich je gesehen habe.